Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Dead by Daylight Kill Your Friends. Diesmal zusammen mit Shadowkan, Plenty, Walli, Wusel und ganz neu Slippy. Links zu deren Kanäle findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei, auch um die ganzen Sachen, die ganzen Folgen aus deren Perspektive sehen zu können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich tippe mal auf Clint Eastwood für Arme. Auja. Yeehaw. 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 Ich mach jetzt kurz die Aufnahme starten, Moment. Aufnahme, die zweite. Slippy als Yeehaw. Das hat sich jetzt onkürt wie ihr Esel. Ich... Ey, ich hab auch Wein getrunken, da hört sich das so an. Aufnahme! Oh, ich bin zu aufgeregt. So, Plenty ist wer? Der Typ. Okay, passt gut. Der mit einer coolen Sonnenbrille. Okay, passt. Ich hab auch eine Sonnenbrille auf. Ja, aber du bist ja nicht Nicholas. Ne, aber ich bin trotzdem ziemlich cool. Jawohl! Direkt hier Totem, Alter. Let's go. Ja, ich such dir schon mal eine Truhe. Geil! Ach, das ist die Meck vom Ritter. Der Rittersport, der Rittersport. Oh nein, er hat es, er hat den Geist. Den Geist. Den Geist? Der mit der Glocke? Ne, au, nicht daneben, verdammt. Oh, geil, ich hab eine Werkzeugkiste bekommen. Ohne Kiste. Geh mit der Glocke. Geh weg, ich seh dich doch. Der mit der Glocke. Ja, der mit der August. Der hat nur einen Heinz, der glaubt keinen Heinz. Geh weg. Ich glaube, ich hab keine Chance gegen das Lippe, die Runde. Die ist umgefallen. Das hab ich verspielt. Ja. Aber da kann ich leben. Hallo! YMCA. Ähm... Weeeeee! Weeeee! Cage Party! Cage Party! Nein! Geil! Achso sieht aus. Oh ja, fasst mich an. Ach, komm. Die Hitboxen sind aber jetzt... ... hier nicht die schönsten. Wui! Wie schön! The Cage is in the house! Gleich ist mein... ... mein Mega-Perk aktiv. Nice! Jetzt geht's los. Oh, er hat hier Totenschalter. Totenschalter. Ich weiß nicht, was das macht. Das bedeutet, wenn du aufhörst, den Generator zu reparieren, dann wird er kurz gesperrt. Perfekt. Ach, das läuft nicht gut. Don't nickel the cage. Oder don't cage the... ...cage the nickel. Don't cage the nickel. Nee, 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 du musst da dann jetzt nicht auf mich losrennen. Ich bin da völlig unschuldig. Nur weil die da so da und sich zu mir gelaufen sind, finde ich das nicht in Ordnung. So. Wie die Map ist das? Oh, bist du grad vor mir her gelaufen? Don't nickel the cage! Don't nickel the cage! Der hat sich tatsächlich gerade vor mir... Ich finde das nicht gut. Oh! So kannst du auf mich springen! Oh man! Oh, irgendwo ist ein Toten, ne? Ich muss Niklas retten. Ah, ich helfe mir selber, ist okay. Niklas hilft sich selber. Schon ein bisschen bruselig, ne? Oh Gott! Der Schlippi ist im Geister-Modus. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich finde das nicht gut. Holst du mich jetzt rund? Okay. Das ist schon... Hey, was läuft? Hey, was geht? Wollen wir gleich mal die Wechselkiste? Oh nein! Scheiße! Okay, da drüben ist ja zum Glück direkt der Nächste. Ah, der kann Paletten spüren. So, so. Aber hier... Klopft das Herz ganz schön doll irgendwie. Und ich seh ihn nicht mal. Da rennt Shadow hinterher. Wir haben keine Chance. Das wären hier sowas von... Don't shadow the cage! Don't shadow the cage! Haben die schon... Wart mal... Das war ja nicht plenty, gell? Ja, ich versuch die ganze Zeit Generator zu machen. Aber jedes Mal muss ich mal kurz weg. Und dann ist der Totenschalter aktiv. Jo, es läuft! Cage Party! Oh, da ist der Geist! Muss ich ja nicht mal entdingsen, entgeistern, um die Generator zu machen. Hallo, entgeist! Nein, hören Sie mal auf! Das finde ich aber nicht gut! Oh, ich hab kein Dings dabei. Keine Gelegenheit nutzen, das merke ich jetzt. Ist nicht so zu viel. Oh oh. Oh Scheiße! Oh Schuh! Nein, Nicholas! Nein! Nicholas down! Da läuft er dann durch die Gag mit seinem kleinen Wahnwestle! Jawohl! Oh nein! Er hat mich nicht getroffen, doch. Geh weg! Okay, vielleicht kriege ich jetzt mal einen Generator zu machen. Wo ist der Shadow eigentlich? Der ist irgendwo versteckt, glaube ich. Mach Generator! Lass mich los! Lass mich los! Jawohl! Was war das jetzt? Ich hab nen Totem kaputt gemacht. Jawohl! Oh nein! Oh nein! Slippy ist hinter mir! Das ist, das ist jetzt schlecht! Das ist schlecht! Aber Walli hilft mir sowieso nicht! Hm. Slippy bist du gemutet oder wieso redest du nicht mehr mit uns? Ich bin einfach glücklich. Konzentriert an dir und an dich! Was? Ich genieße es! Ich genieße es! Ich genieße es! Soda! Cages sind down! Beide Cages sind down! Cages sind down! Ah, ich hab daneben gedrückt! Dankeschön! Oh Gott! Da ist einer hinter euch! Oh ja! Der Glöckner von Notre Dame! Der Glöckner von Notre Dame! Wie süß der kichert! Und so tief! Jaja, genau! Aha! Vergräts euch schon wieder! Okay! Gut! Was war das? Was war das? Was war das? Was war was? Was war das, Shado? Das war das, Shado! Tut mir leid, aber das war zu einfach jetzt doch! Das war voll schön, wie ich drum! Nein, Shado! Shado! Shado, Schnucki, bitte bleib doch bei uns! Ach, lass mich doch aufhängen! Wehr dich nicht so! So ein tierliches Mädchen und wehrt sich wie ein Clown! Wie ein Clown! Shado! Du bist auch so, geh zappel jetzt gerade! Darf ich auch zappeln! Du! Wo kommst du her? Ey, don't nickle the cage! Don't nickle the cage! Ja, ich verabschiede mich dann gut! Tschüss! Hau da rein! Oh mein Gott! Cage out! Cage out! Cage out! Cage out! Oh ne! Geh jetzt mal weg hier! Ah, das ist ne Leiche! Ich treff den Cage nicht! Wo ist die Walli? Oh ne! Ah, der Cage kann doch wieder aufstehen, gell? Äh, nur wenn ich mich selber hingelegt habe! Nein, nein, nein! Das kann der nicht! Haha! Nur wenn der den Perk dabei hat! Haha! Oh, es ist voll blöd, wenn man verletzt ist, kann man keine Dramaturgie machen! Da wo ist die Walli? Ja, das ist echt tof, ja! Hallo! Walli hat gesagt, sie macht Pause! Genau! Walli hat doch vorher gemeint, sie geht gern ein Spiel zu sein! An jedem Spieltuch suchen! Ach, ist das schön! Der Mond! Der Mond! Der Baum! Ja! Wo ist die Walli? Die ist weg! Nee! Klar! Ah! Da ist die Walli! Nein, nein! Die ist nicht da! Die ist weg! Das war Lamia! Ja! Das ist ja super toll! Das ist ja super toll! Ich hab dich doch sooo lieb, mein kleiner Slippi! Hm, jetzt weiß ich, was du siehst! Wieso? Wir haben einen Spind gehört! Das stimmt! Ein Spind? Das ist jetzt echt so! Ich spinne auch manchmal! So! Wir haben vielleicht einen Spind gehört! Mhm! Mhm! Oh, Süße! Hä? Ich hab auch einen Spind gehört! Äh! Bei den Spind? Ja! Da! Da! Ach, verdammt! Und ich hab gedacht, das wär ein lustiger Bug! Und ich sag's mal, hätt ich doch nix gesagt hier! Geh mir doch nicht! Kann ich dich jetzt gleich nochmal retten? Ja, nein! Don't cage the nickel! Ha, ha! Wieso, gibt's hier noch oben wo n paar? Don't nickle the cage! Auaaa! No, no! Aber jetzt doch! Nein! Aber jetzt doch! Neeeein! Aber jetzt doch, nein! Nein! Don't nickle the cage! Doch, doch! Ich bist der Letzte cage, also... Walli, puh wie die Luke. Wo ist die Walli? Ich hab Schoko-Wall-Torte. Ich hab Schoko-Wall-Torte. Das nächste Mal sag ich's nicht mehr, wenn ich was Lustiges hör. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gehört, aber ich komm zu spät. Ich bin erst dran vorbei, ne, oder? Oder sie ist hinter mir aufgeknockt? Ich glaub, sie ist hinter dir gespawnt. Hinter dir aufgekommen. Ja. Oh mein Gott, ich hab die noch nie von alleine entdeckt gefunden. Also, wisst ihr? Hab ich aber. Voll gut. Ich bin rausgekommen. Ja, ich freu mich, dass du's geschafft hast. Ah ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Das hat ja die Walli überhaupt nicht selber verdient. Die Nase hat grad den Bildschirm durchstoßen. Ja. Ja. Wir befommeln uns einander saft und ganz zärtlich. Ja, ich befommel dich und du befommelst mich. Wir tun es einfach offen, streichen Stich für Stich, für Stich, für Stich. Ja. 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 Ja.